Wenn ich sage, was können wir denn von den Afrikanern lernen? Deshalb jetzt mal die Frage, einen Nicht-Afrikaner, der aber hier lebt. Als Individuum? Ja, als Individuum. Ich bin nicht ein sehr giftiger Mann, dass jemand etwas Besonderes lernen kann. Was man von uns lernen kann. Was können Sie von uns lernen? Das ist ein guter Punkt. 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 Vielen Dank.